So Leute und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von FNAF Into The Pits. Bleib bis zu Ende dran und guck wie die vierte Nacht ist. Ok wir müssen jetzt gut spielen Leute. Wir müssen das jetzt gut spielen. Ich hab... oh man ich hab... Hashtag Darwin ist cool ja. Ich bin komplett dumm. Ich kann... Mann! Ich geh direkt raus. Oh oh er kommt, er kommt, er kommt. Geh hoch! Geh hoch! Ja was kann... Seil! Seil! Oh! Wir haben einen Ausgang. Aber was müssen wir machen? Warte mal was haben wir überhaupt bekommen? Wir haben einen Sprengkörper bekommen. Wir können mit dem Sprengkörper glaube ich Freddy rauslocken. Wir können glaube ich Freddy damit rauslocken. Kleben sie den Hut auf den Korb. Kinder stehen ihm wieder. Halten sie helle Blitze von Freddy's Blick entfernen. Die versetzen ihn in Ranzerei und lassen die Schaltkreise durchbrennen. Keine Kamera Blitze. Das bedeutet wir brauchen keine Kamera, sondern wir können mit den... Was haben wir bekommen? Dynamit ne? Feuerwerkskörper. Das dringend brennt schnell hell. Das können wir mit dem Feuerwerkskörper Freddy rauslocken. Wir müssen irgendwie Freddy rauslocken damit. So, ab in den Pit. Und wir gehen weiter. Ich finde einen Weg den Bären zu locken. Oh fuck. Geh, geh, geh. In den Schacht rein. In den Schacht. So. So. Komm geht. Wart mal, können wir jetzt... Wir sind hier. Wir reden, dass Chica nicht hier drin ist. Was machen wir jetzt mit dem Feuerwerkskörper? So, ich glaube, du musst nicht über die ganze... ...animatronische Situation. Blah, blah, blah. Oh nein, wir haben wieder Kameras. Hä? Ich sehe nichts. Ich habe gerade Angst. Ich habe gerade mies Angst. Was jetzt? Was möchten wir machen? Wie soll ich die Kreatur ablenken? Was müssen wir machen? Ich habe keine Ahnung. Warte, warte kurz, warte kurz. Ich bin gerade überfordert. Was müssen wir jetzt machen? Irgendwie ist alles fattig. Er ist hier drin. Ich muss... ...zu Mama zurückbringen. Oh nein... ... aging mit Leer weglocken. Wir müssen die Hydra. Oder wir müssen die Luft rauskriegen. Was ist jetzt? Wir müssen die Luft rauskriegen. Was ist denn? Diese Kreatur gäbe hart es zu nah an den Raum. Ich muss sie mit Leern weglocken. Äh... Haben wir Batterien? Batterien? nein muss essen kommt wieder ok wo ist er da ist bonnie da ist bonnie habt ihr es gesehen leute irgendwas stimmt hier nicht oh nein irgendwas stimmt hier nicht oh nein oh nein oh nein es kann nichts gutes bedeuten oh nein oh nein oh nein oh nein wie ist chica hier drin wie ist chica hier drin wie kann chica hier drin sein oder was bonnie vorhin ok irgendwas hier in den weg den gefrierschrank zu öffnen das ding hat äh gefriergriff blockiert ich kann ihn nicht öffnen aber ich wette ich kann ihn aufbrechen wenn ich das richtige werk zu öffnen mit was kann man aufbrechen brechzange wir haben schraubendreher ja 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 was kann ich das aufbrechen ich muss mir in die reale welt ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm ja ich bin so dumm wir gehen nach oben ich glaube wir müssen nie wie reale welt ich bin so dumm ich bin so dumm aber in die reale welt müssen wir was in der realen welt finden leute so wie sind hier nein sag jetzt ich muss in den echten keller gehen was brauche ich um aufzubrechen ich glaube ich gucke mal die beiden ganz kurz nach was brauche ich denn also muss ich in die reale welt muss ich was muss ich hier tun was 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 muss ich hier tun brauche ich brechzange so ich habe einen schraubendreher aber ich glaube das bringt nichts glaube ich ich kann wetten dass wir den dass wir brechzange brechzange brauchen wie irgendwie ich glaube die nacht macht unser insanity kaputt habe ich das gefühl und deswegen haben wir so einen roten faden äh was müssen wir finden find a way to escape ja das ist halt dieser nark jetzt müssen wir was brauche ich welches item brauche ich okay 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 ja auch ein hammer der hammer befindet sich nicht hier findet sich doch nicht in dieser welt wir müssen in die alte welt müssen in die alte welt ich werde den der ist hier drinnen wir machen speedrun wir machen speedrun Leute wir müssen irgendwas locken er darf nicht in die Akeltanne wo können wir uns verstecken er ist hier irgendwo siehst du jetzt nach da? wie kann Freddy da sein? komm ey wieso schreckt mich dieses game so hart ich warte bis ich spring bonnie hier finde ich habe Angst vor ob ich spring bonnie das ist nacht 4 das ist nacht 4 und ah Junge ich krieg Katzenfack gleich einen halben soll ich einfach reingehen? er ist hier er ist hier meine freunde besser nicht der security raum rechts wir müssen in den security raum der security raum ist weiter unten ich glaub meine sanity geht gleich noch nach oben er ist hier er ist hier ne es ist chica es ist nicht bonnie es ist chica können wir chica locken? es ist chica es ist chica die gehen beide hier rein! das ist gut! das ist gut, dass sie beide hier rein gehen mach! schneller! entkommen, wir müssen entkommen Leute! Nein, blick dich auf die Presse, so, hoch. Es wird schlimmer und schlimmer, es endet morgen. Das war's mit der Filmnacht, bleibt nur dran, um das Finale nicht zu verpassen.